Du weißt nicht, wie man flirtet, oder? Irgendwie nicht. Und was wirst du dagegen machen? Ich will nur das Beste für meine Tochter. Also die Sache wird sofort beendet. Wenn du mich jetzt zum letzten Mal sehen würdest, was würdest du sagen? Amanda? Es ist lange her. 20 Jahre. Du bist nicht nur jemand, den ich vor langer Zeit geliebt habe. Du bist das Beste an meinem Leben. похließlich hat mein Leben. Du bist nicht nur jemand, denn sie Peninsula ist durch拜拜. MARK Untertitelung des ZDF, 2020